Es geht weiter bei Let's Play Tomb Raider Search for the Golden Mask im Bonus Level Nightmare in Venice auf Deutsch. Albtraum in Venedig. Ähm, wir haben diesen Typen hier abgeballert, aber das war irgendwie der IT-Se, der sich hier auch aufgehalten hat. Und irgendwie ist hier aber nichts. Zu finden, weiß nicht. Vielleicht wird hier noch irgendwas passieren. Wir haben auch richtig einen Schalter vorhin, ein Türchen oder eine Tür geöffnet, wo wir immer noch nicht wissen, wo das sein soll. Ich lehne mal an, dass die wichtig war. Aber, deswegen haben wir ja Schlüssel eingesetzt in dem Raum und das, hm. Ist ein bisschen dumm jetzt. Bisschen blöd. Ich suche jetzt hier erstmal nochmal alles. Man kommt von hier nicht zufällig da hoch, oder? Ups. Ne, aber knapp. Wollte gerade sagen, wenn wir jetzt da hochgekommen wären. Ja, wir waren ja hier schon drin, aber vielleicht ist ja hier irgendwas passiert. Ich hab, da oben vielleicht. So, eine Idee hab ich noch. Wenn mir das nicht angezeigt wird, dann kann ich auch nicht wissen, wo das sein soll. Da muss man erstmal alles absuchen. Da war nämlich noch so eine Tür da oben. Die war, glaube ich, noch nicht offen. Und es hat sich vorhin auch bei dem Schalterdrücken so nah angehört, dass es überhaupt nicht weit von uns weg gewesen wäre. Eigentlich wäre es im gleichen Raum gewesen, aber da war nichts in diesem Raum. Ich bin gespannt, dass sie aufgegangen ist. Ja! Das war die Tür, die aufgegangen ist hier hinten. Oh, gut. Glücklicherweise. So, hier geht's jetzt nach oben. Dann, 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 ja. Mach dich mal nach oben, Lara. Gut, dass ich den noch gefunden hab. Aber in dem Raum, in dem großen, wo wir grad waren, da war halt nur so ein Typ, der Schrubb-Munition fallen gelassen hat. Und sonst hab ich in dem Raum auch allgemein... Mein gar nichts gesehen. Kameramann! Ich mach alles von anderen YouTubern nach. Ich weiß, aber echt mal. Irgendeiner muss mir ja die Kamera die ganze Zeit halten. Lass dich nicht einäschern! Lass dich nicht einäschern! Das war... Ah, der hat die Automatik! Oh! Der hat die Automatik. Aber der blinkt auch. Mit 20 Schuss, noch nicht so viel. Ja. Meine liebsten Gegner, weil ich wohl ein Medipack nehmen müssen. Aber der hat die Automatik gehabt. Und dann weiß ich auch, wo die Utze liegt. Ob er irgend so eben auf dem Balkon halt. Ich bin jetzt erst hier runter. Da war nämlich noch ein anderer Weg oben. Aber ich drück erst mal den Schalter. Ich bin froh, als wir die Automatik jetzt haben. Ah, das ist in dem Hauptraum! Das ist in dem Hauptraum! Die Tür hab ich gar nicht gesehen in dem Hauptraum. Aber das ist eigentlich der Hauptraum gewesen. Von grad eben, wo wir drinnen waren. Am Ende der letzten Folge. Und ganz am Anfang von dieser Folge. Die ersten 30 Sekunden oder so. War jetzt hier sonst noch irgendwas. Dann geh ich nicht wieder in diesen großen Raum zurück. Nee, war sonst nichts. Außer der Typ mit den Automatiks. Medipacks geht, ja. Also wenn man ein Film ist, nämlich den direkten Großes. Weil das Level ist noch groß. Also ich glaube, wir haben noch nicht mehr die Hälfte geschafft. Und eigentlich ist das letzte Level. Deswegen muss man nicht so krass sparsam sein. Es kommt natürlich sowieso kein Level mehr danach. Und kein Endkampf. Es gibt ja auch keinen direkten Endkampf. Der Endkampf war ja schon der Vogel. Und das ist ja das Bonus-Level. Eigentlich soll man das sicher genießen. Das ist auch zum Genießen. Ein Genießer-Level. Wie man es auch immer nennen will. Dum-dum. Ja. Es ist so schön, mal wieder ein Venedig-Level zu spielen. In Tombator 2 wird mir dann so langweilig. Weil ich laufe in Tombator 2 die Venedig-Level spiele. Weil die mir so gefallen. Irgendwann war es so langweilig, wenn man die schon in- und auswendig kennt. Äh. Und jetzt ist man hier so ein ganz Neugieres. Und man nicht so richtig weiß, was passiert. Ist auch mal schön. Irgendwo hier war dieser Eingang jetzt. Das haben wir ja nur eindeutig gesehen. Aber wo? Ich habe gewusst, dass hier noch irgendwas sein muss. Weil das wäre ja sonst ein bisschen komisch gewesen. Achso. Das war natürlich jetzt Schwachsinn hier. Da hinten. Also hier ist doch was, was ich einfach übersehen habe. Hier. Wie will ich da bitte reinkommen? Äh. Rumprobieren? Vielleicht gibt es da noch einen Hintereingang. Ich weiß es nicht. Na. Also praktisch. Auf dem Balkon oben ist aber auch ein bisschen Schwachsinnig. Wie will ich denn da hinkommen? Jetzt mal ehrlich. Von hier hätte man den Eingang vielleicht schon gesehen. Aber selbst von hier kommt man doch da nicht rein. Allgemein. Wie man da reinkommt. Da oben ist so ein Loch im Balkon da oben. Jetzt sehe ich das. Wir müssen hier drauf kommen, Leute. Auf diese Markise hier oben müssen wir drauf kommen. Weil sonst ist das ein bisschen fragwürdig hier alles. Oh, da kommt man nicht hoch. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit von hier auf die Markise zu kommen. Deswegen. Anderer Weg, der wäre ja gar nicht möglich. Die kommt aber da definitiv nicht hoch. Weil dann könnte man mich von da auf den Balkon springen. Obwohl, bei dem Balkon ist ja so ein Fenstörchen. Wo wir auch irgendwann mal reinkommen müssten. Oh, der Typ ist weg. Ja. Leute, fragt mich nichts. Allgemein. Irgendwann müssen wir halt da oben rauskommen. Bei diesem Türchen. Wir können ja vielleicht ungefähr sagen, wo das sein müsste. Und zwar, wenn wir jetzt uns hier runterlassen. Oh Gott. Meine Güte. Von hier runterlassen. Das ist zum Beispiel da. Dann müssen wir nach hinten da weiterlaufen. Ich. Ich. Wir müssen da an das Fenster kommen. Und dann da von dem Balkon, wo das vorne offen war, in diesen Eingang reinzuspringen. Das heißt jetzt. Ich merke mir das mal kurz. Anhand dieser Gitterdinger da. Schnell, bevor ich es vergesse. So. Hier. Wo waren die Gitterstäbe? Die waren irgendwo hier. Ja. Und. Da oben. Genau über mir praktisch. Ist das. Das heißt. Wir müssen. Ah. Boah. Äh. Ne. Wir müssen auch definitiv irgendwann mal hier hochkommen. Aber wie Leute. Wie zum Henker. Will ich hier hochkommen. Leute. Ich frage mich das gerade wirklich. Ich meine. Wir haben noch acht Minuten jetzt erstmal zum Suchen. Ich habe es bis dahin sowieso nicht gefunden. Ich habe es sowieso nach. Wenn man sonst zu nervig wird. Aber wir haben eine Weile schon mal hier durchgehalten. Und. Ich will jetzt den Geist auch nicht aufgeben. Aber. Oder. Irgendwo da oben. Oh. Das ist Türchen. Da auf dem Balkon. Macht das irgendwie Sinn? Nein. Warum soll das auch? Klar. Ja. Das frage ich dich. Ähm. Gut. Also. Hier kommt sie ja auch nicht hoch. Soll ich das schon probieren? Wo das eigentlich sehr angebracht wäre. Vielleicht von hier hoch zu kommen. Aber. Wenn es nicht geht. Dann geht es nicht. Gibt es auch nicht zufällig eine Kiste in der Wand. Die man rausschieben könnte. Oder? Ist das Ganze hier kürzer? Es ist gleich hoch. Leila kommt da ganz knapp nicht ran. Äh. Okay. Ich lache mich tot. Ich muss praktisch einfach nur immer die Verbindung sehen. Äh. Die stattfindet von diesem Raum. Moment. Hier war doch auch sowas. Ne. Ah. Hier war so ein Fenster. Ah. Ah. Moment. Sind wir jetzt irgendwo hier sind wir jetzt? Vielleicht gibt es einfach hier irgendeine... Da ist irgendwie ein Schalter. Haben wir da schon? Aber aus solchen Markisen kannst du da stehen? Weil die so... Ja. Kann sie. Oh. Ich glaube Leute... Was alles überspeichert. Ähm. Wir sind hier ganz gut dabei gerade. Ja. Und da ist die Uzi. Hat der Typ nämlich da oben verloren. Jetzt kommen wir hier auch hoch. Okay. Ob man das natürlich jetzt hier oben direkt weiterhilft. Weiß ich nicht. Aber... Ja. Die Uzi ist... Geil. Ach. 80 Schuss. Aber die Frage ist... Das bringt uns ja jetzt hier nichts. Guckt mal Leute. Ich meine... Jetzt sind wir zwar hier oben... Aber... Wir kommen jetzt ja trotzdem zu keinem anderen Fenster oder so. Huch. Mag ich mal das verschießen? Ne. Das geht nämlich nicht. Ah. Von innen vielleicht. Achso. Wer war ich da schon? Die da konnten jetzt immer in die Uzi aufheben. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber... Höh. Oh Gott. Die ganze Zeit die Waffen gezogen. Weil mir das alles hier Angst macht. Ah... Die Lücke, die mir wahrscheinlich sich gerade noch... Die hier bei meinem Jahr da ist. Sind halt einfach diese seltsamen Wege hier. Ich glaube, das kann ich hier abhaken. Die große Sache ist weiterhin noch in diesem Raum. Da müssen wir noch einen Schlüssel einsetzen. Aber sonst haben wir ja auch schon sehr, sehr viel gemacht, wenn er mich fragt. Ach nee, hier noch gar nicht. Meinte ich jetzt noch gar nicht. Ich meinte andere Räume. Hier ist eigentlich... Weiß ich nicht, ob man hier mal hier hochkommen sollte irgendwann. Ob mir das irgendwann mal weiterhilft. Da kommt man hier auf dem Balkon oben drauf. Ja. Mal gucken. Hier geht es gar nicht weiter. Und jetzt ist sie der andere Weg. Er fügt mich ja zu diesem großen Raum. Richtig. Hier... Weiß ich nicht. So richtig. Ähm... Ja. Ich... Weißt du, was ich jetzt... Weißt du? Ach, wir haben sowieso nur noch vier Minuten. Okay. Gehe ich jetzt mal da hoch und suche jetzt in dem Raum nochmal alles ab. Vielleicht habe ich ja da einen Schalter vergessen. Oder halt irgendwie... Muss ich halt zu dieser Tür kommen, die wir da geöffnet haben. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich weiß auch ungefähr, wo ich hin muss. Zu welchem Balkon und alles. Aber... Vielleicht kommt man ja von hier hier hin. Ich glaube hier mal nicht, aber... Hier ist auch noch so ein verschlossenes Tor. Was ist das hier eigentlich? Ach, was solltest du jetzt eigentlich nicht tun? Ach so. Toll. Was ist das für eine Kiste? Ach, um da hochzukommen. Ja, das hätte ich ja früher drauf kommen können. Deswegen sind die Kisten nämlich hier auch da. Wahrscheinlich. Hätte man schneller hier hochkommt. Wohl, naja. Ob das nun so dafür gedacht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen privat danach spielen. Weil ich finde es ja einfach nicht. Weil ich habe K-Pop nächste Folge immer noch zu suchen. Wenn ich das privat dann auch nicht finde. Dann werde ich nachgucken. Weil das ist mir dann auch zu blöd. Oh, was ist denn das für eine Balkons da? Nee, das würde mir aber auch nichts bringen, da oben lang zu laufen. Wenn man da ja auch nicht weiterkommt. Ah. Wir haben auch keinen neuen Schlüssel inzwischen gefunden. Nö. Okay. Ich sehe hier alles so schön eigentlich. Und dann... Ich werde privat wohl noch mal suchen, denke ich. Weil was will ich jetzt hier noch Ewigkeiten gucken? Und... Es scheint, dass ich es jetzt sowieso nicht finde und irgendwas übersehe. Jetzt gehe jetzt aber noch mal in den Hauptraum rein. Nicht in den Hauptraum, in den Raum mit dem Wasser. Wo war denn das? Da, oder? Ja. Gucken wir hier so mal ganz kurz. Zwei Minuten, die wir noch haben, mal ganz kurz hier noch um. Vielleicht haben wir einfach irgendwas Potenzielles übersehen. Weil hier geht es ja im Endeffekt weiter. Aber wir müssen erst mal einen Balkon oder so finden, wie wir denn reinkommen. Das ist hier auch alles so... So wie so eine Rampe hier gemacht. Was machst du da? Äh... Und praktisch ist hier... Alles... Äh... Mann. Das ist so ein schönes Level. Und ich will ja auch weiterkommen, weil es ja einfach alles so schön ist. Und es mir alles so gut gefällt. Aber was bringt es mir, wenn ich gerade sowieso nicht weiß, wie ich da hinkommen soll? Okay. Ja, ich sehe es ein, Leute. Ich denke, ich werde nachgucken müssen, weil ich weiß nicht, wo ich hier hin muss, so richtig. Ich werde bei Höcke 96 wahrscheinlich nachgucken. Aber kurz werde ich nochmal alleine gucken, ob ich das noch den Weg finde. Ja, ich kenne wieder mal ein Level nicht genau. Und wenn ich es nicht genau kenne, dann heißt es, ich muss nachgucken. Das ist doch meistens so. Ich kenne es doch von mir auch schon. Also, wir sehen uns seit übermorgen wieder bei Search for the Golden Mask. Ich muss ja... Ich kann ja auch morgen noch ein bisschen hier gucken, was ist. Oder heute Abend. Ich muss ja nicht direkt nachschauen. Ich kann mir irgendwas vornehmen. Und wir sehen uns dann übermorgen zu Search for the Golden Mask wieder. Und morgen auch bei Tomb Raider 3. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.